Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge TESO. So, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt Findet, Eimann und Rolunda machen. Dafür müssen wir ja, wenn ich auf meine Karte raufgehe, dahin. Wir sind noch hier unten. Also, werden wir uns jetzt auf unser Pferd schwingen, was wir uns ja im Stream gekauft haben. Und werden da mal hinreisen. Ich hätte erst überlegt, ob ich es vielleicht laufend mache. Wegen, ähm... Genau deshalb. Wegen Quest. Molla! Kann ich jetzt... Ich... Ich kann euch verstehen. Meine Güte, ich bin kein Skaver. Nein, nein. Folgt mir, ich zeige es euch. In Ordnung, geh voran. In Bodennähe. Und zeig mal. Haben wir nochmal eine Extra-Quest unterwegs, wa? Nehmt den Zauberstab, okay. Wer bist du? Ein anderer Spieler, oder? Ja. So. Nehmen, ja, und... Sprecht mit Molla. Okay. Meine Freunde und ich waren in den Wäldern auf der Jagd, als plötzlich ein wahnsinniger Magier auftauchte und uns mit Zaubersprüchen angriff. Ich glaube, er hat mich nur leicht verletzt. Er ließ diesen Zauberstab in den Schnee fallen, bevor er verschwand. Ich habe keine Ahnung von Zaubern. Ich habe versucht, den Zauberstab aufzuheben, aber er ließ mich nicht. Ich glaube, er bewirkt den Zauber. Oder macht ihn ungeschehen. Schaut, meine Freunde sind Falta brennt und läuft im Wildnis. Nun sind sie Skewer. Bitte findet sie und benutzt den Zauberstab, um sie zurückzuverwandeln. Alles klar. Machen wir mal. Wo sind die? Ah, jetzt gucken wir mal. Ne. Ne, warte mal, wo bin ich? Falta? Ah, die sind hier überall. Alles klar. Aber ich wollte hier gerne einmal... Das ist auch ein Spieler. Guildmatter, sechste, aus. Okay. Na dann. Ich laufe... Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Greifen die mich an? Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob die mich angreifen. Wo ist das ein Gegner? So, wir haben gerade wieder was entdeckt. Dann würde ich sagen, wir gehen... Was ist das hier? Wo sind's Tore halt? Dann gehen wir doch erstmal links lang. Hacken. Nehmen wir Holz mit. Das war sie endlich mal, wie man Holz hier abwarnt. Ihr seht ja überall Tote. Oh, ihr seid böse, ne? Ja, probieren wir... Achso. Ich hab auf meiner Leiste gar keine... Gar keine... Bogenfähigkeiten. Äh... Talente? Wo sind sie? Da. Äh... 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 Speer... Äh... Äh... Wee... Wee... Geh weg Banditennotiz Okay Oh, wir haben einen neuen Bogen Muss ich direkt mal gucken Der ist doch bestimmt besser Wie meiner, oder? Stufe 3 Naja, nicht wirklich Aber Wir haben, glaube ich, nochmal Talente Wo ist denn der Bogen? Da, Bogen Freischalten Das kommt dann dahin Was haben wir hier? Klasse Haben wir das? Alles klar Wir brauchen einen Himmelsscherben Fällt mir gerade so auf So, jetzt haben wir wenigstens mal Eine Bogenfähigkeit Mal gucken, was die kann Haben wir eigentlich ein Tier? Das ist ein böses Lager, ne? Okay Riesenkraut, nehmen Muss ich mal gucken Wahrscheinlich für Alchemie Bist du böse? Ja, ist sie Rang 2 bei Präzision erreicht Okay Lass mal in die Häuser gehen Und gucken, ob wir was plümmert Oh, wow Entschuldige Ah Oh, das ist ein Buch Düstere Fürsorge Diese alte Grabstätte Ist der perfekte Ort Um unser Werk zu vollbringen Niemand wird sich hier An der Mine vorbei Hinunterwagen Die Opfergaben sind vollständig Die Fürstin der Albträume Hat den Weg bereitet Wir haben unseren eigenen Kleinen Teil Dieses Heiligen Reiches Erhalten Heute Nacht Beginnt die Errichtung Eines angemessenen Tempels Zu ihren Ehren Entschuldigung Sobald der Bau Des Tempels abgeschlossen ist Erwarten wir Dass sich das Reich Schon bald ausdehnen wird Die Weihe Des unaussprechlichen Siegels Belief gerade so Wie wir es gehofft haben Mein Sohn wird Für immer an ihrer Seite leben Es kamen wir Die geringsten Ihrer Kinder Tauchen im Tempel Und tief in der Mine auf Dies kann nur ein Zeichen Ihrer Gunst und Liebe sein Ich hatte allerdings erwartet Unser Teil des Reiches Des Vergessens Würde doppelt so groß sein Wie es jetzt ist Ist die Fürstin über uns Verärgert Einige von uns Haben einen Plan ausgeheckt Noch mehr Gläubige Zu opfern Zweifelsohne Wird dies ihre Aufmerksamkeit Erregen Und uns unsere Gerechte Belohnung Einbringen Okay Das Bücherregal Ach du lieber Gott Wolfmeeres Leitfaden Für Langfinger Ah Ihr wollt es also Als Taschendieb Zu etwas bringen Ihr wollt ein Verbrecherleben Führen Den anderen immer Ein Schritt voraus sein Mit den Taschen Voller Gold Vielleicht reißt es euch Euren Lebensunterhalt Damit zu verdienen Reiche Kaufleute auszuräumen Oder die örtlichen Landinhaber zu erpressen Lasst mich euch Einen Rat geben Versucht es gar nicht erst Meiner Erfahrung nach Kommen auf einen Begabten Dieb Zwanzig Die der Meinung sind Sie hätten das Zeug dazu Und die letztendlich Immer im Gefängnis Verrotten Wenn ihr allerdings Von meinem Schlag seid Hört ihr nicht auf Ratschläge Dann macht ihr Was ihr wollt Und lasst euch Von niemandem rein reden Ins Reich des Vergessens Mit den Risiken Hauptsache die Beute stimmt Kommt euch das bekannt vor Falls ja Dann kann euch Dieses Buch Vielleicht Unterschied zwischen Dem Verhalten Eines Kriminellen Und dem Eines Meisters Lernen Ich weiß Was ihr denkt Wer ist dieser Wolfsmere überhaupt Ich will mich lehren Ein besserer Dieb zu werden Was glaubt ihr Wer er ist Was macht ihn Zum Experten Ganz einfach Vielleicht habt ihr Von diesen Raubrufe In Kammfeste gehört Bei dem der Heilige Diamantring Des Erz Karmunikas Abhanden kam Oder vielleicht Ist euch die Zu Ohren gekommen Dass eine Schriftrolle Der Alten Aus dem Weißgoldturm Verschwunden ist Ja genau Das war meine Wenigkeit Ich habe schon So gut wie alles Verbrochen Was ihr euch Vorstellen könnt Und mein Reichtum Beweist es Wie könnte ein Ehemaliger Dieb Es sich sonst leisten Sein eigenes Buch zu veröffentlichen Nun Da ich euer Interesse geweckt habe Sollten wir mit Zwei der wichtigsten Fertigkeiten beginnen An denen ihr Feilen solltet Wenn ihr es Als Taschendieb Zu etwas bringen wollt Nämlich Schlösserknacken Und Taschendiebstahl Und bevor ihr Jetzt die Augen Verdreht Und das Buch Angewiedert wegwerft Will ich euch Eins versichern Der schnellste Weg Erwischt zu werden Ist es Die Grundlagen Zu missabden Aber wenn ihr Diese Dinge meistert Werdet ihr im Geld Schwimmen Der Taschendiebstahl Ist mit am leichtesten Erlernbar Aber ich habe schon Überraschend Viele Anfänger gesehen Die dabei versagen Es gilt zweierlei Zu beachten Erstens müsst ihr euch Mit der Umgebung Vertraut machen Und zweitens Müsst ihr euch Die Vorgehensweise Überlegen Der richtige Ort Und der richtige Zeitpunkt Sind ebenso wichtig Wie das richtige Opfer Auszuwählen Oh ich werde gerade angegriffen Hat der mich hier angegriffen So wo finde ich meine Bücher Gilden Freunde Gruppe Karte Sammlungen Oder muss ich wieder Anfänger Oder muss ich wieder ans Bücherregal Das will gut sein So Das Risiko Geschnappt ist nicht wert Warte mal Am allerwichtigsten ist es jedoch zu wissen Wann es besser ist Die Aktion abzubrechen Das Risiko Geschnappt zu werden Ist es nicht wert Es gibt schließlich noch jede Menge andere Opfer Im Rand vollen Taschen Noch etwas zur Vorgehensweise Geht erst in die Hocke Wenn ihr euch komplett außerhalb des Blickwinds des Opfers befindet Also direkt hinter ihm und möglichst nah Überlegt nicht zu lange was ihr stehlen wollt Ein guter Dieb schafft es weniger als 5 Sekunden sein Opfer zu bestehen Und mit etwas Wertvollem zu verschwinden Und zu guter Letzt ist das Risiko erwischt zu werden Ja Erheblich geringer Wenn ihr es unbedingt am helllichen Tag versuchen müsst Dann sorgt dafür Dass der Ort des Geschehens nicht zu exponiert ist Das Schlösserknacken ist eine Kunst Die man erst nach vielen Jahren meisterlich beherrscht Vergesst nie Jedes Schloss ist anders Jedes verhält sich völlig anders Wenn ihr einen kühlen Kopf bewahrt Und die Geduld nicht verliert Dann werdet ihr feststellen Dass sie leichter zu öffnen sind Als ihr dachtet Gute Dietriche sind ein absolutes Muss Ihr solltet stets Ja ich glaube wir kämpfen lieber Ja Ihr solltet stets Ihr solltet stets Ausreichende Menge bei euch tragen Lasst euch immer genug Zeit Und geht behutsab mit den Dietrichen um Wenn die Zuhaltung kurz vor den Einresten stehen Müsst ihr spüren Dass der Dietrich ganz leicht zittert Das bedeutet dass ihr die richtige Position beinahe gefunden habt Geht jetzt ganz langsam vor Bewegt die Dietriche nur noch ganz sachte Wenn ihr einfach wild in dem Schloss herumstochert Wird das sowohl eure Dietriche Als euren Stolz brechen Wenn alle Stricke reißen Und das Schloss euch wirklich überfordert Könnt ihr immer noch versuchen es aufzubrechen Bedenkt aber Dass dies selten von Erfolg gekrönt ist Und mit viel Lärm verbunden ist Wenn ihr meine Techniken anwendet Werdet ihr zum erfolgreichen Dieb Das garantiere ich euch Es erfordert nur ein wenig Geduld Und eine Menge Übung Dann werdet ihr vielleicht auch nur vielleicht Eines Tages so erfolgreich wie die Wolfsmeere In meinem nächsten Band Werden wir uns mit einem weiteren wichtigen Werkzeug In eurem Arsenal beschäftigen Dem Schleichen Ich werde euch beweisen Dass die Schatten eine ebenso mächtige Waffe darstellen können Wie die Klinge Wenn ihr wisst wie ihr sie gefügig machen könnt So das Buch ist Gott sei Dank zu einem So dann gucken wir mal Ich nehme einfach erstmal alles mit Da ist nix Verbrannte Fässer Aber da draußen läuft was rum Komm her Roshi Oh das ist keine Uschi So Gold Ich nehme dein Gold gerne mit Sogar sehr gerne Da sind überall Kisten Ich habe hier zwar Keine wirkliche Quest Einmal gucken Hier liegt Immer so viel Krempel rum Aber ich habe gar kein Pad Das kriege ich glaube ich erst So Dann gehen wir mal Uh Hallo Sogar zwei Au Boing Und wieder einer mit Nase geprüft Danke Sie will ja auch unbedingt ins Ui Das ist glaube ich zum Angeln Marek wenn du das hier siehst Erklär mir das mal Wie das mit dem Angeln funktioniert Bitte Einmal kurz auf die Karte gucken Ich muss hier den Weg links lang Oh da steht sogar zwei Egal Da steht noch mehr Zack So Da gibt es sogar Klamotten Uh So Da rett er auch rum Da liegt ein Toter Wir müssen irgendwie hier hinten Ist ja einer von denen Die ich zurück verwandeln soll Jetzt wollen wir mal schauen Blöhmchen Da ist ein Stein Ein Ruhenschlein Cool Einmal aufheben Oh Oh Bist du Die Zauberstab benutzen Habtank Tschüss mit dir So Jetzt muss ich Wieder zurück Weil ich muss den anderen da retten Ab durch die Mitte Jetzt mal ganz kurz gucken Einer ist jetzt da hinten links Dann gehen wir erst den linken machen Und dann rechts Weil Oh ist der Erz Erstmal mitnehmen Erstmal mitnehmen So was hat Marika gesagt Drei Berufe Soll ich an drei Berufe halten Na gut Muss man mal gucken Einen Rufe Nehmen wir denn da Guck mal Das sieht ja aus wie ein Grind Gibt es hier was umsonst Oh das ist hier in die Mine Muss ich in die Mine Ne ich glaub nicht Hey Stufe 4 Ne hier muss ich nicht hin oder Ne Hier bin ich verkehrt Sei da du musst den Weg Muss wieder auf die Straße Du musst wieder auf die Straße Irgendwie wird hier gerade was abgeformt Okay Ich hoffe ich komme an dem vorbei So wir müssen auf die Nein Genau Den Weg hoch Den Weg hier hoch Eieiei Ich und mein Hust Ne Oh ist das Sinn So Oh hier ist ein schöner See Oh Gott Hier sind ja Spinnen So und rechts lang Rechts rum Müsste der sein Komm her Frostspinner Ah Ich muss bewegen mich Jawoll Da ist nochmal ein Brunenstein Nehmen wir gleich wieder mit Und hoffentlich greift mich jetzt gerade mal niemand an Da ist er doch So habe ich dich befreit Ich bin euch sehr verbunden Jawoll So und jetzt gehen wir hier wieder raus Wir sollten vielleicht vorher noch Mal schauen wie ich am besten da rüber komme Ich glaube da komme ich sogar hier Weil da hinten ist irgendwo der letzte Genau hier sind ja auch die Mein Pferd kann nicht schwimmen Und ich komme nicht auf die Eisscheule So machen wir erstmal den einen noch Gehen wir mal gucken Wo der hier rumläuft Der muss ja irgendwo hier sein Hallo Bist du? Da Komm her Ich hab dich Läuft in die Läuft in Wildnis Auch ein schicker Name Den du da hast So und bevor ich da reingehe In die Höhle Um die Haupt Oh da ist ein Schlitter Werde ich vorher auch noch mal skillen Jetzt haben wir jetzt auch Ein bisschen was erledigt hier So Gucken wir mal Wir sind am nächsten Level Oh wir kriegen Klamotten Ach ne das ist Ich dachte Wir können hier Belohnung für Stufe 4 beanspruchen Achso ich muss mal aussuchen Was ich von denen Warte mal Nehme leicht Ja wir nehmen hier glaube ich eher Leichte oder Mittel Gegenstandsset Fertigkeitslinie So dann gucken wir mal in die Tasche Ausrüsten Ausrüsten Da haben wir noch ne Bandinen Notiz Das sind die Bücher von Marek Ich glaube mehr Klamotten Hab ich noch nicht Ne Ist vom Anführer Warte mal Benutzen Die Arbeit in Husin geht lange voran Schnappt euch alle Dorfbewohner Die ihr in die Hände bekommt Und bringt sie ins Lager Wir können sie dann gegen Nahrungsmittel eintauschen Die Dorfbewohner können tot oder lebendig sein Je nachdem wie sie mitspielen wollen Ich muss ein paar ansässige Banditen aufhalten Ich werde ihre Vorräte verbrennen Und ihre Gefangenen befreien Ah Ich glaube diese Quest War Verbrennt die Vorräte Im frostigen Grad Ich glaube das war Erfüllung irgendwo ne Na gut Ich würde aber sagen Bevor wir jetzt In die Mine rennen Machen wir einmal Cut Was haben wir hier Und dann Geht's beim nächsten Mal weiter Ich danke euch fürs Zusehen Und bis bald